Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von Wetten, dass Mariengarten. Das ist eure Herausforderung. Wetten, dass ihr es nicht schafft, eine mobile Brücke zu bauen, drei Theaterszenen zusammenzustellen, eine circa 20-minütige Zirkusvorstellung und diese für einen guten Zweck zu verkaufen. Entscheidet euch jetzt, ob ihr die Wette annehmen wollt. Ja! Sechs Klassen, sechs Herausforderungen. So könnte man es zusammenfassen. Man startet meistens mit dem rechten Bein. Ich bin ein Schmied. Ja, ich bin ein Schmied. Ich bin ein Schmied. Wir wollen es elegant. Ich bin ein Schmied. Ihr seid bei mir. Wer, wenn nicht wir. Probieren wir das hier. Später. Musik Untertitelung des ZDF, 2020